Einen wunderschönen guten Tag. Immer so auf Knopfdruck. 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Was geht ab? Was geht ab? Wir sind die Ravennas. Wir reagieren heute auf Monet. Der Song wird von der Telegram-Gruppe ausgewählt und einer von zweien. Backseat heißt der Song. Ich würde sagen, ohne groß rumzureden, fangen wir einfach an. Parallel läuft gerade Instagram live. Ja, lass starten. Lass starten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Cool, geht filmen. Was? Das ist doch dein Ding. Das ist dein Ding. Ich wollte es gerade sagen. Bis jetzt voll. Aber ich spüre ein bisschen K-Pop-Vibes, weil wir sein im Ohrring. Oh mein Gott. Oh hart, Digga. Oh mein Gott, der trägt dein Ohrring. Du hast gerade alles rausgeholt. K-Pop. Ja, um K-Pop-Vibes. Weiter, weiter, weiter. Das ist geil. Sie liebt es wie Geld, richtig. Familie ist happy. Boah. Höre dies, höre das, hör nicht zu, sag, wer will's wissen. 20 Gs für ein paar, 200 K, schreib ich beim Püssen. Oh Gott, du bist es. Aber sag mir, wer kann es sein? Keiner von euch verkauft, dann tick ich's. Boah. Ey, das war gerade voll unerwartet. Ey, du machst gerade an anderen Seiten. Ey, dieser Flow war ziemlich gut, Digga. Der war einfach nur geil. Einfach geil. Krass. Überzeugt. Überzeugt. Mach weiter, Michael. Ja, kurz. Krank. Das war gerade voll Shindy-Style, aber finde ich. Haben wir das schon vorher gesagt, dass er so leicht in die Richtung geht? Nö. Nicht? Ich glaube nicht. Aber das war eben so ein bisschen... Boah, wir haben voll lange nicht auf den reagiert, ne? Ja. Aber zu Recht. Hä, ich mag seine Musik. Ja. Gute Reise. Das ist kein Auto, das ist ein Raumschiff. Lieg auf dem Backseat, Champagne und Flatscreen. Bitches im Tag Team, Shit ist das Nasty. Lieg auf dem Backseat, 20 auf Chelsea. Sie liebt es wie Geld riecht, Familie ist her. Darf ich mal eine Sache sagen? Das ist einfach richtig gut, muss man sagen. Ich muss eine Sache mal sagen. Ja, warte mal. Das ist ein Stylen im Video, das ist einfach legendär. Digga, das ist Typ wie früher. So eine Lederjacke, auf so eine Jeans und auf so eine Schuhe. So auch dreckig? Ja. Fehlt mir noch, dass es Lackschuhe sind, dann wäre das perfekt. Aber geil. Das hat ja ein bisschen Oldschool, das ganze Video hat ein bisschen alte Vibes. Weil du es mal drauf achtest. Ja. Also einfach alt. Alt-Style. Das ist verdammt gut. Alles verdammt gut. Ach so, was deine Dings-These noch ein bisschen unterstreicht. Ja. 4 zu 3 Bildchen-Format. Ja, ist mir danach aufgekommen. Genau deswegen. Krass, ne? Mhm. Boah, aber diese Brille ist wirklich nicht schön. Ich mag die einfach gar nicht. Und darf ich noch kurz eine Sache sagen? Hat die jetzt auch so ein Oldschool-Vibes? Ich mag die hässlich-Line gar nicht gut. Aber du bist hässlich. Der kam, der kam rund so. Deswegen hat das ein bisschen Effekt gemacht. Aber ich, so spektakulär war die jetzt wirklich nicht. Ja. Ja. Der Song hier geht ab, bro. Aber der Typ ist mega musikalisch. Der ist mega musikalisch. Der hat's auf, Digga. Warum bin ich immer so, ey? Okay, ich muss verstehen. Der probiert sich voll rum. Das mag ich. Der hat voll viele verschiedene Songs. Ich bin dumm, ey. Rich ist im Tag-Team. Shit ist das Nasty. Lieg auf dem Backseat. 20 auf Chelsea. Sie liebt es, wie Geld riecht. Familie ist happy. Hammer. 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 Gut Auslauf. Guck mal, ob der irgendwas promotet. Denkst du, der promotet? Made by... Ah, wusste ich. Deswegen hast du auch... Made by Mike. Wer... Nicht Mike. Mille. 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 hat, soweit ich mich gerade noch richtig erinnern kann, also bei den drei. Mille hat bei Dings gemacht. EFH auf jeden Fall. Mille hat bei Nautilus gemacht. Ich weiß nicht, ob Mille... Mille ist... Videoproduzent oder wie? Ja, Videomaker. Ah, okay. Verstehe. Interessant. Und deswegen, mir sind die voll auffallen. Da habe ich Mille zum ersten Mal gehört. Krass. Das ist schon so... Okay, kein Fomo, kein Nix. Der, der glaube... Einfach made by Mille. Made by Mille. Egal, nochmal. Eine Mille für Mille, Digga. Oh ja. Ich muss sagen, guck mal. Ich weiß nicht. An sich einfach so, ja, so... Ich mag den einfach nicht, ja. Einfach so, ich weiß nicht, wieso. Ja, man... Aber... Das Song war Hammer. Ich muss sagen, nein, nicht nur der Song. Der ist musikalisch einfach ein Monster. Wirklich ein Monster. Wenn seine Songs laufen, ne. So, ich mag den nicht, aber ich kann nicht skippen, weil ich das gut finde. So. Das ist einfach so... Komisch. Komisch. Ja. Ich kenne ihn nicht von der Person, aber ich mag seine Musik. Ja. Sag ich auch, ne. Ja, ich kenne seine Person natürlich auch nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich wünschte mir nur, er würde sowas mehr machen. Noch ein bisschen mehr. Vielleicht kommt jetzt ein paar solche Sachen. Ja, gerne. Ist mal jetzt echt mal erwartet. Der Deutsche magst ein bisschen... Der hatte zu lange Sommer, der Deutsche mag. Ja, bald... Das habe ich gar nicht verstanden. Ich verstehe es auch nicht. Aber bald kommt der Herbst. Wir hatten zu viel Sommer, jetzt kann langsam Winter werden. Und dann sollen die alle mal schreien, du, kommt das Album schon wieder im Winter. Ach, das ist... Wir brauchen Räumermusik. Was ist eine Frage? Behindert, Digga. Okay. Ja. Okay, beende mal die Sache. Okay. Beende mal die Sache. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es so viel zu Backseat von Monet. Checkt unten in der Videobeschreibung einmal den Link zu Instagram, Telegram ab. Lasst uns follow da. Live. Ähm, ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Salamu alaikum, John. Sorry. Du erwähnst dieses Live immer so voll random. Nee, weil ich musste ja noch einbeziehen, was geht. Was? Was tippst du mich an, Junge?